Ich bin Marvin Velasco, 19 Jahre alt und spiele Tischfußball. Meine größten Erfolge sind, dass ich 2016 Deutscher Meister geworden bin und der Weltmeisterschaftstitel 2017 in Hamburg. Weltmeister? Ja, genau. Heftig, Alter. Bei uns waren die gut, die vorne in der Dreierreihe den Ball stoppen konnten und den einmal quergelegt haben und dann schießen konnten. Das konnte ich dann irgendwann, das war gut. Wodurch bist du dann nochmal so gut geworden, dass du Weltmeister geworden bist? Unsere Trainingsstelle, das BLZ, da haben eben auch die Leute von 96 gespielt und das waren eben auch Nationalspieler. Dadurch, dass die uns dann so viel zeigen konnten, bin ich dann einfach noch besser geworden. Ja Leute, das ist Marvin Velasco, 19 Jahre alt. Er sollte Sportler des Jahres werden. Er hätte es sich verdient. Mit einem Weltmeistertitel in unserem Verein, wo viele vielleicht sogar noch gar nicht von wussten, ist auf jeden Fall großartig. Und ja, ich hoffe, dass du noch weiter viele Erfolge für uns einfährst und ja, wählt für Marvin. Ich bin einer von 21.000. Bis zum nächsten Mal.